US-Wahl beeinflusst? Die Anschuldigungen gegen 13 Russen wegen Beeinflussung der US-Präsidentenwahlen 2016 nimmt Vladimir Putin gelassen. Mit dem russischen Staat habe das nichts zu tun. Selbst wenn die Anschuldigungen stimmen würden, wäre es ihm egal, sagte Putin dem US-Sender NBC in einem Interview. Mir ist es völlig gleichgültig, weil sie nicht die Interessen des russischen Staates vertreten, sagte er. US-Sonderermittler Robert Müller hatte Mitte Februar 13 Russen angeklagt. Sie sollen versucht haben, dem politischen System der USA zu schaden. In der Anklageschrift wird ein Komplott beschrieben, die Kampagne des späteren Wahlsägers Donald Trump zu fördern und die seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton zu untergraben. Sollten die Beschuldigten gegen russisches Recht verstoßen haben, würden sie zur Verantwortung gezogen, sagte Putin der Agentur-Tast zufolge. Andernfalls gebe es dazu auch keinen Anlass, betonte er. Letztlich müssen sie verstehen, dass die Menschen in Russland nicht nach amerikanischen, sondern nach russischen Gesetzen leben. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.